hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge blooms tower defense 6 wir machen heute dass wir mal gucken gibt sie irgendwo eine straße ich habe einen dummen gag vor da die nehmen wir in dem das wir nehmen das jetzt muss ich mal gucken ob mein gag auch aufgeht weil ich brauche erst mal 225 da ich probiere es mal aus wo gehen wir denn hier hier oder hier hier gehen wir hin und ich glaube wir bringen noch gar nichts oder das ist jetzt suboptimal habe ich hier irgendwas womit ist ja super kommen wir machen wir den machen wir den und dann machen wir den so ja ruft gelaufen aber so ist das nun mal machen wir machen wir machen wir nichts passiert aber das wird schon das wird schon aber ich muss diese strecke kann ich dass sie haben immer am ende der runde machen oder wie der war gerade was war das wenn ich sonst jemand machen so steine umdrehen wenn man leiser machen so leider für mich ach was schön ich schreibe ich wenig nicht so gegen ort tatsächlich finde ich den kleby dud ziemlich stark also der entfaltet seine macht irgendwann doch der schon der schon eine solide 8 sagen wir sieben von zehn klopp 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 als 80 bin statt da gerade oben so benjamin kommt dahin so du platz jetzt auch und ausgezeichnet genau ich muss ja hier noch ein bisschen was machen die problematik besteht gerade da drin der ist jetzt muss ich mal gucken kleber bräuchler und lösung nicht naja wir kriegen das denn wir sind einfach mal guter dinge sein nicht negativ denken dann wird das schon was mal schmalt 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 miese kiste ich dachte gerade echt der ist aber das geht das geht das geht das geht ich bin level so das wird das könnte knapp werden so mache ich einfach mal den video hat geklappt oh oh das ist jetzt doof so okay es kann weitergehen wir brauchen auf jeden fall als nächstes zweieinhalb tausend für den lösungsmittel wie viel layers kann er dann zwei schichten pro sekunde okay ja das kriegen wir hin ups 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 das ist nicht gut ist nicht gut nein nein noch nicht game over erzähl nicht so blödsinn awesome ja ach jetzt ist es awesome merkt ihr es jetzt jetzt wird kritisch komm schon nein noch nicht brudy noch nicht wir kriegen das hin lasst uns das einfach mal schillig hier locker flockig locker flockig kriegen wir das hin oder ja wir haben noch genug leben halt die klappe seht ihr jetzt läuft das doch schon viel besser so wird es jetzt können wir hier noch vielleicht ein hin setzen oh ich glaube das war sehr gut den da hin zu setzen was ist das eigentlich verteilt pro über bis zu sechs blutens ich mache erstmal auf zweieinhalb jawollo seht ihr das ist so wunderschön er ist auch wunderschön das ist echt strong ne aber ich muss mir gleich kann ich das weg machen nehmen und das und das und das und das und das nichts kann ich weg machen ok oh da war oh wie sieht's hier kann ich noch warte mal ne da nicht achso den kann ich hier oben drauf setzen ah ah komm so oh Moment mal wir machen ja was ist das okay das kostet 5000 oh ich habe noch gar nicht genug für den Moabkleber hm jetzt ist natürlich die frage ob ich gleich den Moab killen kann erst mal nur hart verlangsamen ja 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 das wird schon sehe ich ich sehe es ich sehe es das sieht gut aus so so ach Moabkleber machen wir was kostet das dreieinhalb kriege ich das noch hin ja 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 das war vielleicht ein bisschen gut was machen der benjamin hat den tag gerettet ich hätte nur gerne noch ein so ja komm ein zweiter bei kann ich noch mal hier kann ich noch ein dann machen wir hier hier ja 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 anscheinend so 3000 nehmen wir mit sehr gut das wird das wird 4000 auf fünf will ich hoch zack den haben wir jetzt holen wir uns noch den hier und setzen den irgendwo hin wo es noch passt bitte auch ne so ich will noch die bitte machen was kann das so jetzt bin ich mal gespannt wie es aussieht mit genau mit dir ok 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 anscheinend sehr gut komm wir setzen hier mal ein so machen hier so ein bisschen geld machen oha achso weg damit ok 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 obwohl ich kann er hier aus lange weil ein bisschen was machen so setzt mir den mal dahin achigan kann ich die auch verkaufen so machen wir hier noch einen hin wer weiß was kommt und das so so jetzt bin ich mal gespannt hier wie die sich schlagen ich glaube gut gegen morbs sind sie schlecht sage ich mal noch ach hier habe ich sogar das noch so jetzt sind wir damit wieder fertig wir machen noch mal wissen wie mehr wir gehen auf was weiß ich denn schon was bist du eigentlich okay den können wir dann als nächstes mal machen wie sieht es aus mit den zauberer habe ich noch gar nicht wieder nachgeguckt wo muss ich denn da gucken der affen zauberers wie sie es bei dir aus da sind wir schon so weit und bei dir aha bei dir und du achigan ach du hast auch noch wie ja sehr gut so was für der stadt was dafür muss ich quest abschließen die bieße haben das dorf vor jahren auf die quest verlassen um erstaunlich zu finden also auf also auf laute das mache ich gleich war da ich sage erst mal danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal und bis dann ja ciao